Ah, das ist schön. Jetzt bin ich im Spiel drin. Jetzt steht hier, unable to connect to the SimCity Service. Please try again. Play. Ja, dauert einen Moment. So zwei Minuten oder so. Aber meine Bullen sind auf jeden Fall hier unterwegs. Meine Wagen. Ich habe auf jeden Fall einige Wagen. Ich habe jetzt zehn Stück, die ich dir eventuell zur Verfügung stellen könnte. Mach ich ja einfach mal. Müllwagen? Nee, Polizeiwagen. Polizeiwagen? Oha. Müllwagen habe ich dir auch zehn. Ich habe ja keine Polizei gebaut bei mir. Ja, ich habe alles zur Verfügung gestellt. Ich wollte direkt meinen Maxisman bauen. Ja, du musst gleich mal staunen, wie krass meine City aussieht. Ich habe nämlich gerade hier eine Maximaldichte oder so Industrie gebaut, wenn das so aussieht. Zumindest nimmt er so eine komplette Breite eines Quadranten von mir ein. Meine ersten Hochhäuser stehen auch schon. Es fehlen noch Kunden. Okay. Okay. Ja, jetzt steht. Ich bin inzwischen wieder verbunden mit dem Server von EA. Okay. Aber? Aber? Ich werde immer wieder aus der Lobby rausgeworfen von deinem Spiel. Ach, SimCity ist better with friends. Ja. Ist auch better with servers. Ist better with servers. Genau. Nocturne. So, jetzt schaue ich mir doch lieber die andere Stadt nicht an. Also hat ja nur 27 Minuten gedauert, bis ich wieder joinen konnte. Ja, guck mal. Das sind schon wieder... Ist schon mindestens eine ganze Folge. Ja, und jetzt bin ich direkt im Ladebildschirm auch wieder rausgeworfen. Sehr schön. Ja, es sieht so aus, als soll es heute nicht sein. Wie teuer ist denn so eine große Feuerwehrstation eigentlich? 85.000? Ui. Eventuell ersetz ich die. Kann das ja alles leisten. Na, das geht. Ich brauche ja bald gar keine Dinger mehr bauen. Also auf Polizei hast du auf jeden Fall weniger Probleme, ja. Also meine Polypen sind hier auf jeden Fall gut unterwegs. Oder baue ich hier eine Glücksspielhöhle. Ja, ich weiß nicht, wie das funktioniert. So richtig. Oh, ich mache richtig dicke Gewerbegebiete. Die sind schon richtig groß. Das sind Gewerbegebiete gar nicht hier. Die Donutläden. Geil. Es fehlen Kunden. Ja, was denn für Kunden? Ja, mittlere Einkaufen. Ja, genau. Nachfrage, mittlere. Ja, warte mal ab. Ich habe ja ganz viele mittlere. Ja, warum kommen die denn nicht? Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Vielleicht verstopfen auch deine Leute die Straßen. Oh, ich bin drinnen wieder. Ja, und bei mir ist die Verbindung gerade wieder weg. Oh, oh. Bei mir ist jetzt gerade hier ein Godzilla. Da muss ich rein. Oh nein. Scheiße. Die Verbindung ist noch nicht da. Nein. Halt. Ich kann ihn wahrscheinlich gar nicht sehen. Ich will rein. Ich will zu. Also noch verbrennt er nur Wiesen. Jetzt verbrennt er gerade meinen Garbage Drunk. Leaping Giant Lizards. Wahrscheinlich sehe ich ihn auch nicht. Weil es ja nicht parallel passiert. Also so wirklich. Oh, er ist gerade den Müll von meinem, ähm. Sehr gut. Von meinem Mülldeponie. Das ist schön. Da habe ich ehrlich gesagt nichts dagegen. Äh. Äh. Ich sollte vielleicht meinen Leuten sagen, keinen Müll auf der Straße rumliegen zu lassen. Sonst kommt er vorbei. Nam 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 nam. Lecker. Alles weggenommen. Oh Gott. So. Ich glaube gleich wird es Zeit Schulen zu bauen. Weil meine Leute sind einfach so super dämlich. Hä? Wieso? Ja, wenn ich jetzt Max's Man hätte, wäre natürlich schön, ne? Oh, jetzt gräbt er sich wieder ein. Und zwar in dem... Ja, ne? Jetzt ist er wieder weg. Oh, schade. Oh, hat nicht viel kaputt gemacht. Es ist ja auch noch nicht so viel Stadt da, ne? Ich muss jetzt leider, glaube ich, weiter rund bauen. Ja. Ja, weil sonst wird das hier sehr... Boah. Du musst dir mal meine Stadt angucken, wenn du kannst. Mach ich sofort. Aber bei mir steht immer noch SimCity. Und dann wird die Server abgestürzt. Das heißt, du siehst wahrscheinlich noch gar nicht die neuesten Änderungen. Alter Schwede ist das hier dicht. Richtig in Downtown. Downtown. Ah, ich habe jetzt auch 4000... Oh, ich habe in... Oh, das Geld ist weiter gelaufen. Das ist ja schön. Ich habe jetzt 60.000 hier rumliegen. Im Ernst? Oh. Das ist ja wohl eine Woche stehen. Ich musste eine große Feuerwehrstation bauen, ne? Das, glaube ich, mache ich sogar mal. Ja? Die kannst du ja jetzt bauen, ne? 85 kostet die. Ja, die kostet aber 85. Da baue ich erstmal ein College. Das ist mir wichtiger. Aber man, deine sind gebildet und meine sind Stroh-Doof. Das ist voll gemein. Ja, da heißen die gibt es erstmal. So, jetzt muss ich mal gerade gucken. Wo die Highschool am meisten Sinn macht. Also am besten nicht auf viel befahrenen Straßen. Damit die Schulbüsse besser da... ...durch die Gegend fahren können, weißt du? Ich glaube, ich mache meine Highschool direkt neben dem Polizeipräsidium. Also meine Highschool... Erstmal meine Grundschule. Meine haben ja noch nicht mal Grundschule. Ich wollte das sagen. Ja, so dumm. Oh, Wasser, 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 Wasser. Gebäude brauchen Wasser. Wie, 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 was, wie, wo, wann, wer, wie, was. Aber wir haben noch keine Dings, ne? Nicht diesen Mega-Wasserturm haben wir noch nicht. Versorgungsabteilung, die brauchen wir beim nächsten Upgrade eventuell. So, Wasser Ja, die würden gerne ein bisschen mehr Industrie bei mir haben Sie können ja zu mir kommen Ich habe Industrie Bei maximaler Dichte Sehr gut Also maximale Dichte haben wir schon mal hier erreicht Bei der Industrie Und die ist so richtig schmutzig Weil die einfach so ungebildet sind Jetzt bin ich mal gespannt Ob ich inzwischen auch wieder Ne, also meine Schulden wurden noch nicht komplett Abbezahlt, aber ist alles doch sehr Ja, meine ist auch noch nicht 1000 überall, das mache ich mal Bezahlt über mal die Schulden Krankenwagen von Norktown kommt mit Blaulicht Zur Hilfe, vielen Dank Oh, ich habe jetzt inzwischen Doch ein paar Größere Wohnbauten Ich sage Ich gucke jetzt auch mal bei dir rein gerade Wie hübsch deine Stadt inzwischen ist Ich hoffe, der Loading Screen versaut mir jetzt nicht wieder das Spiel Ne, bei mir sind gerade die Server wieder da Also von daher Ich glaube, das hat auch weniger was damit zu tun, ob du gerade damit verbunden bist Als die Tatsache, dass Also ich bin gerade nicht mehr verbunden Und wieder verbunden Ja Also ich glaube, also ich habe das zum Beispiel Ich war ja vorhin auch in einem Spiel von einem anderen Kumpel Und da war das so Der hatte schon mit jemand anderem zusammen gespielt Und der war jetzt aber gerade nicht online Und man konnte trotzdem auch seine Stadt angucken Also das Ja Ich bezweifle, dass du dafür eine Collection haben musst Ne, ne, das meinte ich auch nicht so Sondern Ach du Scheiße, ich habe zu viel Abrotze Das muss weg Abrotze? Achso, du hast Dingsprobleme, ja 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 Ja, da wäre jetzt natürlich ein Utility Center besser gewesen Ja, ich baue mal ein zweites Endrohr Oh ja, hübsch Ja, ja Du musst mir mal angucken, wie die Kannst du sehen, wie die Scheiße bei mir läuft? Großes Endrohr, kleiner Pillar, Mann Ja, ich kann ja mal gucken jetzt hier, ob das geht Dann nämlich jetzt ein zweites gebaut Ne, Sewage Map, wenn ich mir die anschaue, dann sehe ich zwar dein Moment, vielleicht will ich das Gebäude auswählen Ja, 7.1 von 11,7 Galonen, Kilogallonen Ich habe hier 11,7 von 11,7 und bei dem anderen 7,5 von 11,7 Ja, dann müssen wir weiter die Umwelt verschmutzen Ich bräuchte dieses Recycling-Zeug, ne? Ja Also wie gesagt, ich kann bei dir leider keine Datenmaps angucken Ich schätze mal, das haben sie vielleicht sogar deaktiviert So, Luftverschmutzung und Rotze nimmt zu Weil das wäre ja gerade interessant, sich bei seinen, äh, Freunden anschauen zu können Äh, Statistiken Ich meine, die sind ja auch sehr schön gemacht in dem Spiel Upgrade! 15.000 Einwohner, wuuuuh Jetzt geht's los Was kaufst du dir jetzt? Tourismus Äh, ich bin am überlegen, ob wir nicht diese Endrohr-Rotze nehmen Ja, ist vielleicht auch nicht so schlecht Dann haben wir Wasser ab, Dingsbums und Ja, dann haben wir zumindest schon mal den ganzen Grundbedarf gedeckt Oder Verkehr ist natürlich auch ein Problem Was bedeutet das denn, Bildungsabteilung, wenn man ein weiteres dazu nimmt? Bringt das irgendwas? Nee, ich glaube nicht Limit erreicht, hier steht 1 von 2 Achso, pro Dings kann man halt machen, ne, ja Versorgung Soll ich mal Versorgung? Ja, das oder halt Finanz, ne? Ja, Versorgung ist, glaube ich, ganz gut Weil dann können wir mit Versorgung, können wir dann Kann man dann auch früher oder später mal drüber nachdenken Eine zweite Stadt zu bauen jeweils Wie viel fehlt dir denn noch zu 15.000? Zehn Äh, zu viel, glaube ich Äh, ich müsste ja gleich nochmal gucken Ich habe wieder Ladebildschirm Ich bin gerade aus deiner Stadt raus Achso, ja, gut Ich nehme jetzt hier die Rotze Ja Ja, super Sieht gut aus Sieht gut aus So, äh, ich habe immer noch große Probleme mit meiner Scheiße Boah, die sind alle am oberen Limit Okay So, da bin ich doch wieder In meinem liebevollen Pokestadt hier Pika, pika Genau So, ein bisschen Windkollektoren Mal reindrücken Zack Gebäude ohne Strom Ja, ja, ja Ist ja gut So Was hat jetzt der Fiskus hier schon wieder Verwaltung, geschlossen Was? Sicher 5.000 gerade mal Ich bräuchte wirklich 10.000 Ja Okay Ah, es sieht schon gut aus Wir haben jede Menge Plus Pizza Gebäude wachsen Oh ja, das macht, der macht Gewinn Das ist gut Verbindung wieder gefunden Sehr gut Wir gehen mal auf Bildung Pass mal auf Wir setzen jetzt mal hier eine Grundschule hin Öffentliche Bibliothek Was bringt die Bibliothek? Bringt die auch Gehirn? Die bringt auch Gehirn, ja Allerdings, ähm, bei der älteren Bevölkerung Also, was eigentlich ganz gut ist Bei den Arbeitern halt Okay, ich setze die Grundschule direkt neben dem Sondereinsatzkommando So, zack Und, äh, so ein Flügel kostet 10.000 Und so ein Schuhbus können wir auch gebrauchen Pass mal auf, wir hauen erst mal ein paar Schuhbusse rauf Haltestellenpetition Die Petra hat zugeschlagen Die Petra Tja, ha Die fiese Petra So Dann wollen wir mal hier unsere Busse verteilen Also, wir fahren mal hier oben an Äh, wie fahr ich denn? Ich lasse fahren Robbery in progress Oh nein Weil meine Leute so dumm sind Deswegen gibt's hier so viele Oh, bei mir ist gerade ein Raub im Gange Aber ich kann ihn mir leider nicht angucken Schade Ich hab oben drauf geklickt, aber es hat leider nicht funktioniert Zack Übermal schön ein paar Dinger hingesetzt So, wunderbar Freunde der Sonne Ihr kriegt Bildung Kein Kind verloren Stellen Sie in einer Stadt 20 Schuhbusse und Haltestellen auf Juhu Kann man eigentlich auch Bildung teilen? Ne Geht tatsächlich nicht Doch, also du kann Ich kann hier nichts auswählen Ich kann Strom kaufen bei dir Ich kann Kann ich Kacke bei dir verkaufen? Ja Guck mal Kaufen Sie Benachbarten Stehen Abwasserkapazitäten ab City needs Power Oh nein Kannst bei mir Strom kaufen? Ich hab noch 2,1 Megawatt zur Verfügung Das ist ja nicht so viel Ja Ich hab ähm Boah und ich brauch mehr Leute Sagen die jetzt Äh Wieso seid ihr unglücklich? Was ist da los? Äh ich bin krank Ah ja ein Krankenwagen Krankensystem und so weiter Die Kaste der Mittellosen Oh nein Gleich ist auch wieder ein Zusätzlicher Kredit Frei Kann ich wieder einen Kredit nehmen? Äh ich hab alle 3 Fertig schon So Ich hoffe das bringt jetzt was Dass wir hier Schüler Ausbilden Die Schulbushaltestellen Sind ja sowohl für Schüler Grundschüler Als auch für Gymnasium genau Für die auch Oh ja da wird wieder ein neues Gebäude gebaut Oh da wird ein Stufe 3 Land Value gebaut Ja Bin ich mal gespannt was da rauskommt